Ah, heute ist meine Prüfung. Ihr werdet entspannt und meine Einsatzzeugnisse sind alles easy. Ah, da sind die meine Kameraden schon. Das ist eine schöne Aussicht. Das ist gut, dass wir uns mit uns befinden können. Geh auf die Position, Rook. Alles klar. Hör auf. Ich habe keine Fehler. Es ist nicht wert, meine Zeit. Und Zeit ist nicht auf unserer Seite. Es gibt mehr Behemoths auf der Frontier jeden Tag. Und wie es oder nicht, Sie sind alle, die zwischen sie und den guten Menschen von Ramsgate sind. Die Menschen, die mir verabschieden, die Sie wissen, die Sie aus dem Boden kennen. Was auch was ist doch ein bisschen. Ich glaube, die mit drei Achten. Ich habe mich beim Fußstuhl den schon mal schon. Ich habe etwas anderes нож. Oh, ich bin. Oh, oh. Oh, oh. Oh, scheiße! Ich hab dich! Komm, komm, komm! Ah! Oh, scheiße! Ah, komm! Oh, oh, fach, fach, fach! Nein! Au, 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 au! Au, au, oh, scheiße! Nein, 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 nein! Oh, fuck! Oh, diese... Oh! Alter! Ich dachte, wir sollten... ...landen und nicht... ...bruchlanden! Oh, das tut mir mein Schädel! Aber gut, dass ich wenigstens auf einer Insel gelandet bin. Recruite! Das ist der Bosn! Wir können dich jetzt nicht in Ordnung! Das storm hat nicht nur die Hull... ... sondern auch unsere Macht. Wir müssen uns die Feldverfahnen... ... und erfüllen die Aether-Traps... ... wenn wir zurückkommen zu Ramsgate. Das ist woher du kommen. Wir haben einen Rogue-Nasher auf deinem Isle... ... und dieser Rogue... ... sollte mehr als genug Aether... ... um die Schädel zu bewerben... ... um unsere Rückkehrsjahrung... ... und hör'n... ... wenn du dir Wissen brauchst... ... nicht wunderschön zu kenne... ... wir werden die Radio für dich verbringen... alles klar gut dann beginnt meine prüfung halt mit der bruchlandung alles gleich so angehörig ist er besorgen damit ich mich wieder abholen können wenn ich das mit kameraden erzähle der war so der prüfer hat er bestimmt noch keiner wie ich da überall liegen teile von unserem schiff das schmeckt immer so erfrischend oder so die märkte schnauze mit dem sport unterricht hat es aber nicht so Ich mach dich schaschlig ey. Nur du stehst zwischen meiner Prüfung. Ha, haute er ab. Ich hatte Angst vor mir, jetzt... würde ich auch. Ach, das geht echt gut. Weine Runde Bier. In Ramsgate. Ein paar Pflänzchen mitnehmen für den Alpen, wenn er schon so lieb darum fragt, und die mich gerade aus dem Schiff gekickt haben, unfreiwillig. Okay, du hast den Nasser richtig, wo du es willst. Jetzt, schau dich das! Komm her! Der Nasser-Vente kann dich in einem Bisschen heilen. Oh nein. Oha! Ihr Leben ist schaff. Hit that Behemoth with something special. Woop. Hey, mit Schwänzchen schlägt man nicht. Ich mach dich fertig. Ja, das hab ich in der Schule gelernt. Immer schön auf den Kopf, damit die Behemets sich ein bisschen schlafen legen. Ha! Huh! Mein erster. Und. Ich hab meine Prüfer bestanden. Ja, ist das wirklich tot. Ich hab meine Prüfer bestanden. We're going back to Ramsgate in no time. On an approach course to Ramsgate. Ah, smell that fresh Ramsgate air, eh? But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every Slayer to get back in the fight as soon as they're able. And you've proven you're up to the task. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the plaza. So meet her there as soon as you can. Off you go then. And keep that chin up. You'll be a full-fledged Slayer in no time.